Uwe Herrmann, bekannt aus Zwischen Tüll und Tränen, verlässt sein Brautmodengeschäft in Dresden und wandert nach Mallorca aus. Das neue Kapitel beginnt für den beliebten Verkäufer bei Good Bye Deutschland. Uwe Herrmann wechselt von Zwischen Tüll und Tränen zu Good Bye Deutschland. Er gehört zu den beliebtesten Verkäufern der Vox DocuSoap Zwischen Tüll und Tränen. Uwe Herrmann, 60, ist eine wahre Brautmodenlegende, zumindest in der Region Dresden. Seit 2016 berichtet das Fernsehteam über sein Geschäft Hermann Modedesign GmbH. In entspannter Atmosphäre können Bräute dort ihr Traumkleid finden und auf das Fachwissen des Brautmodenexperten vertrauen. Bis 2017 hat der Unternehmer sogar Kleider für den jährlichen Semper Opernball entworfen. Doch nun verkündet Uwe Herrmann überraschend sein aus. Obgleich zahlreiche Zuschauerinnen extra nach Dresden pilgern, um in seinem 3000 Quadratmeter großen Kultgeschäft, das perfekte Kleid zu finden, will sich der 60-Jährige endgültig von seinem Laden verabschieden. Dass es sich dabei nicht nur um Lehre Andeutungen handelt, wird spätestens in der neuen Ausgabe von Goodbye Deutschland klar. Dort ist der Designer am 17. Juli als zukünftiger Auswanderer zu sehen. Denn er verlässt Dresden, um sich ein neues Leben auf Mallorca aufzubauen. Vox Starr flieht nach Mallorca, in Deutschland zu Miesepetrich. Für die deutschen Fans des Brautmodenverkäufers ist es sicherlich ein Schock. Wer nun in den Genuss von Herrmanns Beratung kommen möchte, muss einen Flug nach Spanien auf sich nehmen. Dort plant der Dresdner ein neues Geschäft zu eröffnen, wie er gegenüber Bild erklärt. In der sächsischen Heimat habe ich alles geschafft und langsam wird es mir in Deutschland etwas zu Miesepetrich. Zwar ist Thailand das Paradies meiner Träume. Doch genau jetzt ist die richtige Zeit, Mallorca zu erobern, auch dort ein fettes Stück vom Hochzeitskuchen abzukriegen. Doch was wird dann aus dem Weißen Gewölbe in Dresden? Das soll Uwe Herrmanns Sohn Philipp übernehmen. Er arbeitet bereits seit Jahren im Laden seines Vaters und wird nun mehr Verantwortung übernehmen dürfen. Wird der Andrang zu groß, komme ich angeflogen, verspricht der stolze Papa.